Siebt jetzt sogar schon den zweiten Strich. Ich habe jetzt noch gewartet und noch eindeutiger kann das Ergebnis ja gar nicht sein, oder? Das mache ich den ganzen Tag überhaupt so. Hallo, hast du die Locken? Das ist ein Laus again. Das ist ein Laus stage für mich. So süß, alle kümmern sich um mich. Ich probiere das jetzt mal aus. Das ist gerade keine Werbung, aber das ist ungefähr das Beste, was es gibt, auch für Bowls und so. Deswegen mache ich das jetzt einfach auch noch da drüber. Das heißt Almond Candy und das ist schon sehr lehrhaft, wie man sehen kann. Das sieht nicht lecker aus, aber das schmeckt so gut. Oh mein Gott. Ich höre mal bei der Vorlesung zu. Wir haben jetzt alles online, weil es mehrere Corona-Fälle gab. Das ist so krass. Ich esse das Poetsch heute zum ersten Mal und es schmeckt so lecker. Also ich mag gar nicht mehr so gerne Poetsch. Es schmeckt richtig gut. Es schmeckt so ein bisschen nach Teig. Keine Ahnung. Kann ich euch empfehlen. Es ist voll interessant. Der ist gerade in Bulgarien. Der hat seine Praxis da und wir hatten gerade die ganze Zeit OPs, bei denen er uns mitgenommen hat. Und dann hat er mit seinem Handy gefilmt und das ist bei uns ein Film gewesen. Und er hat das so erklärt dabei. Das sind meine ganzen Fotos, die ich bestellt habe. Ich will nämlich ein Fotoalbum machen und das sind wirklich einige. Die Fabiens Playlist. Der Mutkreuz hier. Nein, wir haben vom Dalton Video. Wann machst du deinen nächsten schnellen Test? Guck, Erdbrauen. Alles? Ja. Boah, ich hasse es. Es ist so unendlich. Entweder ein Popelnuss dran sein oder es ist gut. Und sonst was? Nee, das muss falsch. Aber ich habe ja noch Husten und so. Aber auch wenn ich negativ wäre, weiß ich nicht, ob das so gut ist mit dem Ton oder? Okay. Es wäre so cool, wenn es jetzt negativ wäre. Oh, schütze ich muss gerade halten. Ey, was ist denn? Oh, oh. Ich sehe schon eine leichte Linie. Oh, oh. Ja, da sind zwei Striche. Ich bin negativ. Ich bin langsam langweilig. In der Karantäne. Ja. Das war aber nix. Oh man, ich bin für das obere und Jackie für das untere. Bei mir gewinnt auch das obere, aber bei Jackie deutlicher das untere. Okay. Immerhin haben wir ein Cover. Also ich bin beide trotzdem voll schön, aber ich war trotzdem für das obere. So süß. Es sind gerade zwei Freundinnen vorbeigekommen. Die haben mir so ein Care Package gemacht. Richtig, richtig lieb. Und noch einen Kuchen gebacken. Ich muss sie mal reinholen. Und noch einen Kuchen. Ja. Und noch einen Kuchen. 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 In der Karantäne. Sauber. Dann. Dann. Dann.